und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vigor wir waren mal wieder als dreier team unterwegs und zwar nadine marcel und ich und wer kennt nicht vigor und seine fallen und damit meine ich natürlich nicht diese ganzen bugs was das spiel hat sondern wenn man etwas reintritt wo man hätte lieber nicht rein treten sollen schaut euch die folge an überzeugt euch selber ob ich wieder rausgekommen bin aus der runde und wenn euch die folge fällt dann lasst doch gerne ein abo und ein leichter aktiviert die glocke um keine folge mehr zu verpassen und jetzt wünsche ich euch viel spaß beim zuschauen unten im dorf da doch 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 ja die würdest du mal scannen gehen da bist du da auf der seite oder bist du schon so weit unten ich da von hinten noch welche es waren da wieder 32 ernten sind ja die jungen die da unten sein unten am wasser kommt zu mir da sind noch zwei da und nicht noch zwei auf 2 einer sitzt genau da hat er da und einer ist ein bisschen weiter hinten am wasser wo hinter mir ist genau in gewesen das ist das natin auf zwei ist noch einer auf zwei hinter den er dienen hinter denen auf 2 da war genau habe ich auch einen punkt oder nicht das ist doch dann mein ach so da warst du das gewesen ja er stimmt ja aber war noch ein paar ich war mal war vorhin noch genau hier unten bei mir ja am wasser am wasser einer stück hier mehr da vorne ja ich höre zu einer war da sie müssen es ist ja fast sehen oder er müsste am wasser sein da war richtig dichter wasser drunter welchen steine ich kann gleich nochmal jetzt wenn ich das schätze und wartet noch kurz lauflich blitt da rein ich kann gleich nochmal wenn der drückgang ist hier nicht zu bestürzen die können ja nicht an euch vorbei laufen habt ihr die beiden seiten jetzt ganz schlecht zu sehen muss ich sagen die felsen da können sie drinnen liegen und rüber gucken genau rechts weg ich kann jetzt sitzen ich habe zu lange gewartet sogar blöde ich sehe ein einer und hinter dir ohne dienen auf zwei auf zwei hast du den jetzt mucki der liegt hier vorne hier ne das weiter gekrochen nein hab ihn ist da ist da noch ein zweiter gewesen ja ja auf zwei auf zwei ist noch ein stück hatten erst vor und unten fragt man sich ohne bange und heilung probleme ich sehe den tippen überhaupt gar nicht jetzt moment ich kann ja hab ja das ist ein detektor ja genau in auf zwei immer noch genau auf den punkt schießt einfach drauf aber da muss ich da an dem vorbei laufen sehen wo buchst du ne wo ist buchst du hin wo ist buchst du hin also ich werde ganz nah ran gesummt sieht ein panzer hier aus jetzt mal meinen signal detektor hier nochmal nochmal stellen hä was ist da war er das wie steht da wo im busch so ein störtding drin steht oder so ein sender wie das so ein sender ist kann natürlich sein ja den würdest du da mal bewegen oder ihr hätt den neu getroffen wenn das ist ein sender oder mit kontaktbombe alter geil zweine säcke ich durfte gar nicht den der da auf der steine liegt alter geil nicht schlechte clever gemacht eigentlich ja absolut absolut sehr gut gemacht clever gemacht das war gut ja sind jetzt noch wer hier darf nennen was gut ist nämlich gar nicht wo bist du denn ich glaube du bist schon gelootet der hat hier ne harvard bei und ne kann ne svu mit Marcel willst du ne svu haben da liegt rechts von dir machen wir den permanent ping außer draht wenn sie draht hat würde gerne draht nehmen und detektor ist noch eine tolle schnelle stoppen wirst du schaffst du doch nicht mehr obwohl können wir schaffen ja auch schafft man noch was pfingst dann ging es noch an da habe ich gemacht oder und der andere hatte erschossen hier unten scheiße weiter hat kontaktbomben ohne ende bei vier stück hier so sprengstoff experte was recht schnell den drop holen wo kommt denn die zone von oben von oben das ist ganz gut ja dann schaffen wir ja wenn jetzt noch irgendwie rum gut ist dann nicht weil die eieruhr geht schon was sind drauf geholt Marcel ich habe ich habe ihn ja ich war ja da oben am scannern da war ja gleich gut ist nicht weit weg das sollte es sollte noch ausgehen auf jeden fall ff1 und ach so in den typen da da wo die zwei häuser sind wo immer die kisten drin sind links davon da unten zwei schuppen nebeneinander ja davor liegt oder so ein typ was kannst du gucken ob du da was brauchst ich glaube das war eine harbert bei harbert ja was zu dir habe ich schon habe ich schon okay habe ich schon gesagt habe ich schon entdeckt ja so noch kommen jetzt runter das foto jetzt davon ja das war keine ahnung dass dieser komische punkten was denn diese große punkten was denn da kommen renne weil da kommen wir meinen kreis an hier als voll zehn kontaktbomben mal bei ordentlich rangelegt hätten sie noch ein paar mehr angelegt an den sender ja eine reicht ja nicht um wieder da und zwei reichen aus zwei reichen aus dem das ist bestimmt einer der hier den ausgang wieder so verbunden wollte dann das kann auch sein ja garantiert denn ist ja auch gar nicht so doof ne drin ja alle und dann wird ja eben stress und meist vielleicht schon das ist ja auch ordentlich sein von der zone ja dann reicht wahrscheinlich noch so cool klub 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 kl